Und dann wäre ich noch viel gebrochener an Tabakstelle, weil Willi auch noch mit einem Team spielt, was viel krass ist als sein Main-Team und da ist das Tor. Schade Tabak. Oh mein Gott, ich schwöre seinen Schmerz so. Genauso habe ich mich gegen Andy gefühlt, Digga, genauso. Oh mein Gott. Erstmal Tabak, sehr gut gespielt. Ja, du bist lost. Ja, du bist scheiße. Digga, Sidney nervt hart, ne? Sehr gut gespielt, Tabak. Sehr, sehr gut gespielt, Tabak. Sag ich dir ehrlich. Schade, ey. Finde ich nicht. Ja. Du hast geformt. Ich hab nicht genutzt davon. Boah, Sidney, Digga, du bist sonst von rausgeflogen. Ich fresse jetzt. Ja, Willi, ich weiß, dass der neben dir sitzt, aber der nervt mal. Dann soll man in der Fresse halten. Payne, du gibst Ruhe. Payne, hey. Digga, geh an dein eigenes Mal in die Fresse, dass ich dich muten kann. Willi will ich nämlich hören. Payne, kommst du mal anders als ins Finale? Digga, wo warst du denn? Tabak ist weitergekommen als du, nur jetzt ist die Fresse, Digga. Hätte ich nur an, wäre so ein Spree los. Mein ganzer Chat nervt sich über dich ab, Mann. So nervig. Payne, ist das so shit? Digga, hast du schon besser gespielt als du? Jetzt Ruhe. Was? Payne hat keine Sitzung. 85, eh. Payne, dock shit. Digga, ist Vierteln, was redest du überhaupt mit mir? Payne, dock shit. Payne, dock shit. Ich bin auch reinkommst. Chat, einmal Titel ändern, besser als Sidney. Sidney, Viertelfinale rausgeflogen. Danke, Mann. We are the champions. Digga, ist mir egal. Ich weiß ja auch, dass Sidney das halt mit Humor meint ab und zu. Aber wenn Tabak im Golden Goal so reudig verliert, Digga, dann sollte man einfach die Fresse halten. Ich weiß auch, dass Willi daneben sitzt. Und das ist ja natürlich Hype, das Digga. Aber es muss nicht sein, dass man noch reintritt. Egal, wie viel man getrunken hat oder so. Das ist so unsportlich. Anbieten, anbieten. Lungs, komm. Ui, guter Torschuss. Jawoll. Stark, gestiegen. Genau so gewollt. FIFA hätte es best. So schlecht. War okay. Ich hätte eigentlich Schlimmeres erwartet. Ich habe Oscar gezogen. Oh mein Gott, ich habe ein richtiges Drechsau geschossen. Kann das bitte jemand klippen? Umu, Genusspass des Millenniums. Oh mein Gott, der Pass. Seht ihr? Das ist die nächste Stufe zum Unmutpass. Boah, ich habe so eine geile offensive Taktik, ne? Ist mir gestern aufgefallen. Oh mein Gott, der ist ja durch. Ne, warte, oder was? Das spielt ja gut mit. Wir fallen beide hinab, ihr habt das Knie geklippt. Äh, was war das? Best hat am, Best hat dem, was? Best hat am Ball vorbeigetreten. Das war Downsymptom-Boy wieder Tor, Digga. Was ist das für ein Downsymptom-Boy? Der zupft, der drückt Pause, ich gehe raus. Ich muss doch gar nicht so wissen. Mann. Ich habe schlecht die Hand gebrochen, Mann. Ich habe voll blöd geschlagen. Was macht die Abwehr da, Mann? Wie leicht meine Abwehr auseinander geht. Wie leicht meine Abwehr auseinander geht. Ich habe, glaube ich, nicht gut verteidigt. Das steht ja 3-0 für den. Ey, ich dachte, ja, nee. Ach, guck, ich will mir die Nase brechen. Ich will sie mir brechen. Ey, nee, lustig. Mann, ey, ich wünsche mir ein Knoppischar und dritten Grades, Mann. Was ist das für eine Pisse hier? Du Mann, Pisse-Elfmeter. Cristiano ist da. Gute Chance. Ey, ich spiele klar den Ball. Auf den Pump. Starkes Ding. At its best. 8 zu 7 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor. 120. Minute. Zack. Jawohl, genau so nimmt man das Ding an und genau so schließt man das ab in der 120. Minute. Vielen Dank. Dreck vor allem. Also wenn das nicht gut gespielt war. Doch, doch, doch. Das war so gut. Das war so gut gespielt. Leute, die tanzen immer noch. Hä? Die Dinger, die daneben stehen. Die daneben stehen. Ich habe mich angefeuert. Viel Übersicht bei diesem Pass. Kurze Flanke. Sensationelles Tor. Die Dinger, die Dinger, die Dinger, die Dinger. Untertitelung des ZDF, 2020